Hier ist also der Artikel zum Thema Gebärdensprache mit einem Supplement. Da sind verschiedene Videos und interaktive Elemente integriert. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem ersten Video, was die Wissenschaftler bei der Demonstration ihrer Kinect-Konsole zur Erkennung von Gebärdensprachgebärden demonstriert. Das haben wir also während der Recherche aufgenommen. Und bei dem Thema bietet es sich natürlich an. Beim Thema Gebärdensprache will man eigentlich diese Sprache in Aktion sehen. Es wäre schade, das in einem Holzmedium nicht interaktiv zu haben, sondern tatsächlich nur in Buchstaben. Hier also eine kleine Demonstration. Ich habe es um Gebärdensprache in den Computer zu kriegen. Und zwar nicht, indem man irgendwas mühsam eintippen muss, sondern indem man es einfach in die Kamera gebärdet, was man haben möchte. Und mit der Kinect haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit, das wirklich live hinzukriegen. Und dies ist der erste Prototyp dafür, wo man erst mal mit einer Startgebärde das System zum Kalibrieren bringt und anschließend einfach in das System hinein gebärdet. Und es liefert dann verschiedene mögliche Treffer, aus denen man dann die gewünschte Gebärde einfach auswählen kann. Zusätzlich haben wir noch ein paar interaktive Elemente, Gebärdensprachbegriffe wie zum Beispiel Fleisch, kann man sich hier demonstrieren lassen innerhalb der iPad-Edition. So, jetzt drücke ich hier mal auf Play. Kann man sich also die verschiedenen Begriffe ansehen. Und richtig lustig wird es bei der zweiten Beispiel, und zwar die Namen von Politikern. Ich werde hier mal Westerwelle klicken. Da sehen Sie gleich eine nicht ganz PC-mäßige Demonstration, wie der gute Mann in der Gebärdensprache genannt wird. Man erkennt, was die Gebärde bedeutet. Auch bei Merkel ist es nicht unbedingt charmant. Mit diesen Elementen ist also der Artikel aufgelockert und illustriert ganz gut, was zusätzlich möglich ist, um derartige Themen lebendig zu machen.